In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit der Säbelsäge PSA700E von Bosch. Das SDS-Messerwechselsystem des Easy-Modells PSA700E sorgt für einen einfachen und schnellen Wechsel allergängigen Universalsägeblätter mit S-Schaft. Die flexible Bodenplatte passt sich dabei optimal an das Werkstück an und gewährleistet immer eine sichere Auflage. Durch den elektronischen Gasgebeschalter ist das angepasste Sägen unterschiedlichster Materialien möglich. Hohe Langlebigkeit wird gewährleistet durch die Abdichtung an der Frontseite der Säbelsäge, sowie durch den integrierten Kabelabknickschutz, welcher auch als Aufhänger verwendet werden kann. Und nun viel Spaß mit der Säbelsäge PSA700E von Bosch. Und nun viel Spaß mit der Säbelung an 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 der S